Herzlich Willkommen zum Industry Forward Summit. Die digitale Transformation, die gehört dazu. Wie kriegt man es überhaupt hin, dass die Unternehmen das zulasten? Sicherlich in diesem Fall wahrscheinlich noch eher die Großen. Position making implies alignment, not consensus. Lass uns für dieses Produkt eine neue Marke bauen. Wann wird das denn endlich real? Das ist real. Wir sind in der Lage, im besonderen Maße, gerade im technischen Umfeld, logisch zu arbeiten. Machen Sie es gut und hoffentlich bis bald. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.